Musik Ich komm hier nicht hoch Da war ein Creeper LOL What the fuck? Sag mal nicht Ich bin gerade bei meinem Haus Ich komme, ist da ein Creeper hochgegangen Oh Okay, ich schmeiß mal ein paar Sachen raus Ich denke, ihr habt das Ich hab die entschärft, hab ich jetzt gedacht Ja Ja, das ist super Entschärft Das Schild brauche ich auch nicht mehr Das brauche ich auch nicht mehr Ach, ihr habt das nur auf den Grundstücken entschärft So, jetzt verstehe ich das Ja Okay Also nochmal ein Skelett Wie viele Skelette sind denn hier? Die sind skelettlustig hier Skelettlustige Insel Naja Ach da Ja, warum sind hier überall Skelette? Ich weiß es nicht Ich hab keinen Bogen Das ist das Problem, weil er ist ja gut Kommt Creeper gewesen Und der Moselbert hat mich beschützt Der Lebensretter Warum mach ich Moselbert? Ähm, nun, mein Vorname ist Achso Norbert und ich habe lange Zeit an der Mosel gewohnt Vor allen Dingen Als ich mir den Namen überlegt habe Ist das ein Fluss? Die Mosel? Keine Ahnung Kennst du nicht? Nein, kenn ich nicht Da kommen die bekanntesten Weine Deutschlands fast her Ah Achso Ich trinke noch keine Ist dir Trier ein Begriff? Trier Nein Koblenz Ja Köln Ja Gut, wenn du jetzt Köln-Rhein-Aufwärts Ups Ach, der ist da oben Aufwärts fährst Guck mal, der ist da oben Der Trier Wenn du Köln-Rhein-Aufwärts fährst, kommst du irgendwann nach Koblenz Und da mündet die Mosel in die In den Reihen rein Natürlich Und In den Reihen In den Po rein In den Po rein Ich habe keinen Bogen Nein Nein Was zum Teufel Ach, was ist hier Ich dachte, was ist das für ein Was zum Teufel war das Wie Zum Was Ich dachte, das war einer von euch erst Was war Was war das Das war ein Hühner Hühnerreiter Das war ein Babyzombie Auf dem Huhn Gibt's das Ja, habe ich so live Jetzt auch noch nicht gesehen Weil das gibt's Also Oh, ich habe einen Bogen geschenkt bekommen Das ist so wie beim Was, wo hast du Bogen her Der kam von dem Skelett Und Pfeile habe ich ja schon Also Das ist wie der Spinnenreiter Weißt du, wenn der Zombie auf dem Auf einer Oder das Oh, was Nein, mein Pfeil Nein Wo ist der denn Da ist der Mooseberg Ne, wo ist er Gerade Ich bin fast tot Aber diese Beschriftungen Finde ich Warum stürmt die hier immer alle Auf dieser Insel Ja, was Diese Beschriftungen Die hier so in der Luft schweben Ja, ich kann die auch bei dir machen Willst du das haben Finde ich super Ja, hier steht sie bei mir ins Haus Das kannst du natürlich machen Da muss ich für fliegen kurz So Äh, ne, ein bisschen weiter Au Äh, wo war das? Okay, und jetzt Ähm So, was sollen da draufstehen? Also in der ersten Zeile? In welcher Frage? Das ist mir egal Grundstück von Grundstück von Das Timmy Oh, Moment Oh, Moment Ach du Scheiße Das tut mir jetzt aber leid Wo ist der Quieper hochgegangen? Ja Ähm So Äh, hier Wie haben wir denn noch? Also hier hinten Also ich habe Bei dem weißen Haus Der Gerichtssaal ist damaged Ich habe Zeit bis um 24 Uhr Oh Dann ist mein Internet weg Richtig Verteilung So Ähm, ah, die Einrastfunktion Nein, ich will die Ausrastfunktion aktivieren Nicht die Einrastfunktion So Ähm Ähm Ja, das tut mir jetzt aber Das tut mir jetzt aber leid Das wusste ich nicht Sonst hätte ich ihn schärfer bekämpft Bekämpft Okay, ich habe jetzt einfach hingeschrieben Haus von Norbert Einfach so oben hin, oder? Ja, ist schon in Ordnung Ja, wir brauchen ein bisschen Nähte Quarz und so Äh Das kannst du dir gerne cheaten Aber du hast ja eh keine Rechte dafür Von dem her Das weiße Haus hat einen kleinen Schaden erlitten Ach, schön Ich dachte, ihr habt alles gesaved Und geschützt, ja Ähm Nein Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt Kann ich theoretisch machen Aber dann ist das hier überall Oder sollte ich Oder sollte ich nicht Ja, komm, kann man machen Du Mop Re Balls Äh, was? Warum geht das nicht? Ach, das steigt man klein Ach, hier unten sind noch ein paar Steine Ich habe noch ein paar aufgeklaubt, ja Okay, jetzt sollten die Creeper Nicht mehr explodieren Also, sie sollten explodieren Aber halt nichts mehr zerstören Und ich lege hier noch ein bisschen Scheiße In die Truhe So So, ein paar Sachen kann ich hier noch Kannst du jetzt mal aufhören Oder ich, äh Es gibt gleich J-2 Ne, ne, lass mal, lass mal Es gibt Gerichte, es kommt jetzt Gericht Hä, ich bin doch Gerichte Warte mal Der Richter kommt ins Gericht Äh, okay Ja, warte, warte, warte Norbert, möchtest du mal sehen, was passiert, wenn jemand ins Gefängnis kommt? Nein, möchte keiner sehen Ich war gerade drin Ne, willst du aber wissen, was passiert, wenn jemand reinkommt? Achso, du warst gerade drin, weil er dich reingeschmissen hat, oder wie? Nein, ich war gerade drin, habe ein paar Steine eingesammelt Ich muss kurz TP on Okay, sorry Ähm, so, jetzt seid ihr da, genau Ne, jetzt sieht das so aus Ich gebe jetzt einmal Slash, äh, Jay Und dann Der, ähm Ja, und jetzt ist er im Gefängnis Und das heißt, er kann jetzt nichts mehr machen Er kann hier nichts mehr aus Und wie lange hast du eingestellt? Unendlich Alter Ja, und das Lustige daran ist, in dem Klo da unten, geh mal rein, dann verbrennt er ja Nein Und seine Sachen sind da drin Und das heißt, da drin ist Lava und dann stirbt er da qualvoll Und wenn er stirbt, äh, ist er da drin wieder, also er kommt hier nicht mehr raus Hallo Mach mal an, Jay Der hat mich geschlagen, wir sind Verbrechen, hier drin darf man eigentlich nicht schlagen So, jetzt ist er wieder oben, an der Stelle von vorher Ich bin hier der Richter Ich mach dem Norbert die Türe auf Ich bin hier der Richter Ja, der Richter kommt jetzt ins Gefängnis Nö Sorry Mein Buch ist ausgerutscht Du hast nur ein Auge Ja, ach, ey Hm, sogar meine Lieblingsfarbe Oh, 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 oh Ja, er ist mal temporär vom Server gesperrt Für fünf Sekunden gewesen Das macht Spaß Nee, komm, wenn man sich hier so Nee, nicht wirklich Ja, für mich, für dich nicht Für mich, ja So, ist hier alles zerstört Ähm, so Aber das weiße Haus sieht eh nicht schön aus, oder? In deinen Augen Doch, das, ich find das schön Okay, dann, ich fand's hässlich Und vor allem umzometrisch Das kann sein, da hab ich's jetzt noch nicht drauf kontrolliert Aber es sieht schön aus Mir gefällt das So, dann hab ich jetzt noch eine halbe Stunde Zeit ungefähr Ups Wie lang raus, und du noch so? Ich bin fertig Du bist fertig, du laufst jetzt noch rum und schaust dir die Welt so schön an Ja, ich mach jetzt Sachen, die nicht mehr nötig sind, aber Okay Ja, ja, kein Problem Ich wusste ja nicht, ähm Na, egal Ja, ähm, schöne Sache Kannst immer gerne mal wiederkommen, wenn du Lust hast Kein Problem, ne? Immer wieder Immer wieder gerne Es gibt gerade in letzter Zeit wenig Gäste, weil Weil Weilbaum Gute Erklärung, ne? Weilbaum Weilbaum Schön, gefällt mir auf jeden Fall Aber es ist echt schön Screenshot hab ich ja Ich muss echt sagen, wenn diese Welt mal richtig gut wird, muss ich die echt mal zum Download freigeben Ja, wir sind das beste Wohnviertel hier mit den beiden Häusern Und ich würde mich echt mal freuen, wenn Spieler mal sich hier Ja, wir gehen Ja, wir gehen Ja, wir sind ja